Es war zu der Zeit, als Israel noch keinen König hatte. Als Israel regiert wurde von Richtern. Zu dieser Zeit lebte im Gebirge Efraim ein Mann mit dem Namen Elkanah. Der hatte zwei Frauen, Penina und Hannah. Penina bekam Kinder, immer wieder. Und Hannah bekam keine Kinder. Hannah war traurig, zutiefst traurig. Und es wurde noch schlimmer, weil Penina die ganze Zeit stichelte und lästerte und Hannah beschimpfte. Hannah litt sehr. Sie litt unter der Missachtung ihrer Nebenfrau. Sie litt unter der Missachtung der Gesellschaft. Und traurig war sie. So ging sie in den Tempel und betete. Und betete. Und betete. Der Priester sah sie dort sitzen und er sah, wie sie ihre Lippen bewegte, hörte aber keinen Ton. Schließlich sprach er sie an und beschimpfte sie und sagte, du bist doch betrunken. Hannah aber sagte, nein, ich bin nicht betrunken. Ich schütte dem Herrn mein Herz aus. Und sie erzählte alles, was sie belastete. Da sagte der Priester zu ihr, Frau, Gott hat dein Gebet erhört. Und so war es. Später, als sie wieder zu Hause war, wurde sie schwanger und bekam einen Sohn. Den nannte sie Samuel. Und als Samuel entwöhnt war, also etwa drei Jahre alt war, da brachte sie ihn in den Tempel, so wie sie es versprochen hatte. Und sie gab ihm den Priester und sagte, er soll bei dir aufwachsen. Mein Sohn soll ein Diener Gottes sein, sein ganzes Leben in Gottes Dienst stellen. Und dann betete Hannah. Sie betete und sagte, meine Seele ist fröhlich im Herrn. Ein merkwürdiges Gebiet. Fröhlich im Herrn. Was meint das? Im Herrn sein. Im hebräischen Ausdruck können wir auf unterschiedliche Art und Weise übersetzen. Es kann heißen, im Herrn. Es kann aber auch heißen, mit dem Herrn oder durch den Herrn. Und alle drei Übersetzungen haben ihren Wert, ihre Berechtigung. Meine Seele ist fröhlich im Herrn. Ich brauche nicht die Anerkennung der Gesellschaft. Ich muss nicht glänzen mit den Normen, nach denen alle leben. Ich muss nicht die Beste, die Schönste, die Kinderreichste sein. Sondern weil ich in Gott geborgen bin. Darum kann mein Herz sich freuen. Geborgenheit nicht in der Anerkennung der Gesellschaft. Nicht in unseren eigenen Leistungen. Nicht in unserer eigenen Stärke. sondern Geborgenheit in Gott. Mein Herz ist fröhlich durch Gott. Weil Gott mein Gebet erhört. Weil Gott mein Leben ändert. Weil er uns auf einen neuen Weg bringt. Durch Gottes Handeln ist unser Herz fröhlich. Eben nicht durch das, was wir Menschen machen. Sondern es ist ein Geschenk. Mein Herz ist fröhlich mit Gott. Ich bin fest überzeugt davon, dass Gott mitleidet und sich mitfreut mit den Menschenkindern. Diese Erfahrung machen die Menschen ja immer wieder. Dass Gott mit seinem Volk weint. Und dass Gott sich freut, wenn es den Menschen gut geht. Mein Herz ist fröhlich mit Gott. Und Gott ist fröhlich mit uns. Das, was Hannah erfährt, ist ein Trost. Mitten in einer doch anstrengenden, fast trostlosen Situation. Was sie sich wünscht, ist nicht, Gott, strafe die, die mich lästern. Strafe die, die mir Böses wollen. Und nimm denen das, worauf sie stolz sind. Sondern Gott, wende dich mir zu. Und sie macht die Erfahrung. Gott wendet sich uns Menschen zu. Immer wieder aufs Neue. Darum ist unser Herz fröhlich. In Gott. Unser Herz ist fröhlich mit Gott. Unser Herz ist fröhlich durch Gott. Amen. In dir ist Freude, in allem Leide. O du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben. Du, der wahre Heiland bist. Hilf es von Schanden, rett es von Banden. Wer dir vertraut, hat wohl gebaut. Wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gmüte. An der wir kleben im Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Wetten, Tod oder Tod. Drum wir dich hinden, kannst alles wenden. Wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren. Mit Heldem Schale freien uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren. Lieben und loben, dein Machtvertroben mit Herz und Munde. Halleluja. 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 Halleluja.